Machen wir doch was Lustiges. Vielleicht sollten wir auf diese Blind-Gruppen-Blind-Dates gehen. Was meinst du? Die Mädels stehen doch total auf Jungs, die intellektuell und zurückgelehnt sind. Und er lächelt ironisch. Mann, der hat doch echt Bock auf gar nichts mehr. Na jedenfalls, ich werde beim nächsten Training dabei sein. Also keine Sorge. Bist du hierhergekommen, nur um mich zu finden? Danke, Mann. Ihr grinst. So, und unsere Beziehung zu ihm geht weiter und erhält das nächste Level-Up auf Rang 5. Exzellent. Glaube ich unser am weitesten Entwicklter bisher. Ich denke, ich werde hier noch ein wenig bleiben. Heute kommen ein paar Verwandte vorbei, aber ich bin noch nicht bereit, sie zu treffen. Ich bin ziemlich gut darin, eine Fassade aufzusetzen, aber es wird relativ schnell langweilig. Tut mir leid, Mann. Ich brauche mal ein bisschen Freiraum. Im Moment. So, wir lieben ihn alone. Und schreiten zum Abend voran. Oh, willkommen home, big bro. Täglich grüßt das zum Moment. Oh, und heute können wir was mit Magakor unternehmen. Glaube, das sollten wir doch mal in Angriff nehmen, würde ich sagen. Klingt nicht so wie die schlechteste Idee. Oder? Ähm. Ähm. Haben sogar die passende Persona, also, warum nicht? Spenden wir so ein bisschen Zeit mit Nanako. So, was geht denn? Oh, äh. Big bro. Nanako hampelt herum. Sieht zwar gerade nicht danach aus, aber... Der steht da, habenbelt oder zappelt herum, oder so. Äh. Na komm, frag mal einfach. Wollen wir ja erstmal den Druck von den Stultern nehmen. Ganz locker bleiben. Bist du ein Einzelkind? Ähm. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube wohl, oder? Ich hab noch nie gehört, dass er einen Bruder oder eine Schwester hat. Ja. Nanako ist nicht wirklich seine Schwester. So, jetzt im Geiste jetzt wohl, aber... Naja. Eine Quasi-Schwester. Vor einiger Zeit hat Dad mir gesagt, dass unsere Familie nicht mehr größer wird. Aber nun habe ich einen großen Bruder. Yay! Sie strahlt uns mit einem Lächeln an, das ihr gesamtes Gesicht bedeckt. Durch ihr Lächeln können wir fühlen, dass unsere Beziehung zu ihr tiefer wird. Level 2. Das ging fix. Hat Level 2 erreicht. Exzellent. Reden wir, Big Bro. Ähm. Ich möchte... Ich möchte was von deiner Schule hören. Sie bettelt uns an, äh... dass wir mit ihr reden. Nein! So, und dann ab bei ihr jetzt Bett. Und dann können wir nun... uns erst mal wieder anhören. Ach, yo, ist okay. Ich dachte schon, wir können jetzt die beim Labern zum Lerbe lauschen. Naja. Yo, you! Dem Wetterbericht zufolge müssen wir uns keine Sorgen über den Wetter. und den Nebel machen für eine Weile. Also bleiben wir cool wie gewöhnlich. Wir können den Tag retten und immer noch unsere Fähigkeiten auf Vordermachen halten. Das ist ein guter Plan. Ja... Ja... Es wird niemandem nützen, wenn wir uns jetzt hier verängstigen. Wir nutzen jetzt halt, bis es das nächste Mal neblig wird. Ja, wohl so lange Zeit lassen will ich mir auch nicht. Aber erst mal müssen wir ihn ja ausfindig machen. Damit können wir heute weitermachen. Und was ist da jetzt los? Hey, alle zusammen! Sie haben die Testergebnisse bekannt gegeben. Oh je. Ach, der schreckliche Moment der Wahrheit. Oh, nun ja. Wollen wir uns mal ansehen? Ja. Wollen wir mal schauen, wo wir gelandet sind. Also ganz vorne nicht, dafür ist unser Wissens-Dings dann nicht hoch genug. Aber wir sollten vorne mit dabei sein eigentlich. In den Top Ten. Yeah, yeah. Wow, gut gemacht. Und dadurch werden wir mit allen Social Links, die wir derzeit hier haben, an der Schule, die werden dadurch verbessert. Und, äh, wir können uns auch noch ne Belohnung bei Onki Dojima abholen. Nun denn. Ah, heute können wir mit ihr was unternehmen. Oh, du bist... Du hast heute noch nichts vor, bla bla bla. Äh, ich... Ja, ich entscheide später. Erstmal sehen, was wir noch so haben. Und außerdem müssen wir, äh, müssen wir noch mit, äh, Dinges reden. Mit dem komischen Typ da. Hey, you. Heute ist Training. Ich werde dort sein. Bis später. Hahaha. Er nimmt sich immer noch seltsam. Vielleicht sollten wir zum Basketballtränen gehen. Äh, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ach, und, äh... Oh, Senpai! Äh, Bandübungen sind auch heute. Ja, aber haben wir ja richtig Auswahl. Noch mehr? Nee. Okay. Dann, äh, sollten wir zunächst mal Informationen für den Tänien sammeln. Oh, 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 oh. Äh, ich muss ja eigentlich schon wieder gehen. Ich bin eigentlich nicht mühe. Eigentlich, äh, vielleicht bin ich eigentlich eigentlich oder einfach nur zu entspannt. Ich weiß es nicht. Nun denn. Äh, l-l-l-l-l-l-l-dö. Ah, ja, genau. Mit ihr könnten wir, wo ich sie gerade sehe, können wir nämlich auch noch den Auftrag für den Dinges der Benden. Für den... Onkel Fuchsie. Sie ist so froh, dass sie ihren Schuhschrank mit unserem verwechselt hat. Denn ihr Geständnis hat funktioniert. Ich muss meinen Dank an den Tatsuhime schreiben weitergeben. Er hat meinen Wunsch wahr werden lassen. Ich habe eine große Spende gespendet. So, und wir haben die Bitte auf dem EMA erfüllt. Und wir sollten das auf unserem Fuchs später berichten. Wie gut, dass sie direkt da vor der Klassentür steht. Ja, hier ist auf jeden Fall nicht da. Aber gut, gehen wir erstmal zu Jeunesse. Da sollte jetzt... Ah, da ist er ja. You again. Selb was, was du brauchst. Viele Leute aus der Stadt sind gekommen, um mich hier zu treffen. Das ist sehr bequem. Ein sehr bequemer Ort, nicht wahr? Ja. War das nicht der Junge, der sich vor einiger Zeit mit Kanji getroffen hat? Vielleicht weiß er etwas über Kanji. Ja, das ist er. Du fragst, als wäre etwas seltsam, als ich mit Kanji-Kon gesprochen habe, nicht wahr? Also gut. Es scheint so, als sei es eine dringende Angelegenheit. Also sag ich es dir einfach. Was ist denn los mit dem? Wenn du über die letzten Ereignisse fragst, dann ja. Da war etwas Ungewöhnliches. Es war etwas seltsames, was ich gestürt habe, als ich mit ihm... Ja, also habe ich ihm einfach gesagt, er ist eine komische Person. Nachdem ich das gesagt hatte, änderte sich sein Gesichtsausdruck plötzlich. Er war wirklich überrascht. Und auf der Basis von dem glaube ich, dass seine Aktionen gezwungen und unnatürlich waren. In der... während der ganzen Zeit, die ich bei ihm war. Er hat irgendeine Art Komplex. Aber ich habe keinen Beweis dafür. Es scheint, als hätte der Kanji ein Komplex oder so etwas. Er ist... Er reagiert seltsam auf den Ausdruck komische Person. Das sind ja tolle Informationen. Wussten wir das auch nicht schon vorher ein wenig, dass er etwas seltsam reagiert? Vor allen Dingen, wenn man ihn sagt, er hätte etwas mit Jungs am Laufen. So you're saying a light dudes? Naja, gut. So. Das haben wir auf jeden Fall erledigt. Dann... Dann, was machen wir jetzt? Basketball-Practice? Ja. Machen wir doch mal Basketball-Practice. Das tut sich auch ganz gut, wenn wir einen weiterentwickelten... Weitentwickelten Social Link haben. Wenn wir dann von der Arcana... Personas fusionieren lassen, dann kriegen wir einen großen Bonus. Ist glaube ich nicht verkehrt. So. Nehmen wir am Practice-Teil. Co sieht nicht sehr motiviert aus. Was hat er denn jetzt schon wieder? Yo! Was geht, Leute? Ich... Mein Training? Ja, sie räumen gerade auf. Nein, ich... Nein, meins. Der hat echt... Glückwunsch. Es ist... Es ist vorbei, nicht wahr? Ich werde nach Hause gehen. Hey, Yu, was ist dein Problem? Ist er krank oder sowas? Ähm... Ja, wie sehen wir das aus? Ist er krank? Ja, könnte man so sagen. Ah, Mann, das nervt doch. Geh besser nach Hause. Weißt du, ich bin ziemlich klein für einen Basketball-Spieler. Ja, und? Ich schätze wohl. Aber es hat Vorteile. Ich... Äh... So, als würde ich das alles für mich selbst machen. Nicht für meine Großmutter oder meine Schwester. Alles für... MICH! Basketball-Spiel muss man nicht groß sein. Das ist doch nur Klischee. Aber was für... Aber egal. Was für einen Sinn macht das? Mir interessiert es, wie hart ich trainiere. Ist ja nichts so, als würden wir irgendwelche richtigen Spiele spielen. Das stimmt allerdings. Es ist total wertlos. Es hat keine Bedeutung. Kou, ist das dein Ernst, Mann? Ich werde da mal gehen. Bis später. Was ist denn mit dem los? So, wir erzählen dein Suchel, was Kou uns erzählt hat, auf dem Dach. Vor allem letzten Mal. Gestern genauer gesagt. Das ist doch mal ein Scherz. Er sollte doch feiern, dass sie ihn spielen lassen. Und nicht in Trauer versinken. Ja? Ach, verdammt. Ich werde daraus einfach nicht schlau. Aber warte mal. Er sagte, es sei wertlos. Aber weil sie kein richtiges Spiel spielen. Nun denn, warum geben wir ihnen nichts an richtiges Spiel? Das ist eine gute Idee. Herumsitzen und darüber nachdenken bringt uns nichts. Wir müssen in Aktion treten. Nicht wahr? Ähm. Da hat er recht. Genau, das meine ich. Wenn es ein Spiel ist, was er will, dann wird er ein Spiel kriegen. Jedenfalls, wo fangen wir denn an, ein Spiel zu organisieren? Ich würde sagen, indem wir eine Mannschaft kontaktieren. Und die Mitspieler fragen. Ey, du. Was ist los, da ist so viel? Bist du nun zum Basketballteam hinüber gewechselt oder sowas? Ja, richtig. Aber hör dir das mal an. Ihr Leute müsst ein richtiges Spiel spielen. Also sucht euch einen Tag und ein Spiel, gegen das ihr spielt. Was? Auf keinen Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr nicht spielt, dann sage ich den Lehrern, dass ihr alle, dass ihr eure Hausaufgaben immer alle abschreibt. Oh Gott. Sowas ist echt billig, Mann. Allerdings, aber naja, egal. Halt ins Maul. Du bist besser auch bereit. Denn das wird schon bald passieren. Hast du das verstanden? Bald. Ich habe noch Dreck am Stecken bei ein paar anderen Typen. Also haben wir kein Problem damit, haben ein volles Team auf die Beine zu stellen. Ja, du bist doch ein toller Stratege. Ey, soll das ein Kompliment sein? Ja, und ihm gefällt es auch noch. Eigentlich ist es ja wirklich, die Leute anprangern. Naja, wenn wir zu wenig sind, dann spiele ich auch mit. Ich kenne zwar nicht wirklich die Regeln, aber wie auch immer, nicht wahr? Naja, also planen wir ein Spiel für Kows. Für Kow. Im Sinne von Kow. Oh, Mann.